Hi und herzlich willkommen zu einer außergewöhnlichen Runde Warzone. Wir haben zu viert gespielt und spielen eigentlich öfters miteinander, aber in der Runde seht ihr das beste Beispiel, wie man nicht miteinander spielen sollte. Ich habe die Runde extra mal hochgeladen, ist schon lustig geworden. Viel Spaß damit, haut rein! Da ist noch ein Teamchen dabei. Der hat nicht mehr so viel. Welcher? Der? Der? Ja, ja. Achso, der ist da, muss ich. Soll weg. Watten weg! Yes! Treff ihn nicht! Problem ist, ich muss nachladen, mit der Würfe. Hab ich schon. Komm mal! Stimmt mit dir oder nicht? Oh, hab ihn zweimal getroffen! So sein. Komm, den holen wir uns, Patrick. Ja, der ist genau unter mir. Ich krieg ihn nicht. Könnt ihr nochmal markieren, dass ich ihn sehe? Den da, den da. Ah, jetzt, okay. Kann er mehr schießen, ich nachladen. Ah, jetzt ist er weg. Shit. Der holen uns jetzt alle. Ja, wahrscheinlich. Jetzt sind wir am Rorsch. Da trinkst deine Freunde mit. Ich hab, wir müssen früher runtergehen, ne? Wie Schaden haben wir denn gemacht? Ach. Ach. Guck mal da, fast 200 Schaden zusammen. Oh, bei mir Gegner! Ich bin tot. Oh, Mann. Oh, Mann. Scheiße. Ich hab keine Chance, sowas viel zu weit weg da. Ja. Wir haben uns zu sehr mit ihm eingespielt, das war. Ja, ja. Könnte verkackt haben. Ich geh mal hier drüben. Ist das Fähnchen noch da? Ja. Aufklärungsauftrag bereit. Ja, ich will aber nicht hin jetzt. Dein Teammitglied ist im Gulag. Nur wer überlebt, wird erneut eingesetzt. Bei dir im Haus, glaub ich. Bei mir? Nee. Ja, Christoph. Bei mir im Haus? Glaub ich. Nee, auch nicht. Da hinten wurde ein Schrop geholt. Setz den Werkpunkt! Das Gas kommt! Geile Chance! Hauskampf ist so ein Bullshit! Feindliche Drohne über uns! Pfff! Wir könnten zusammenlegen für den Trops. Ja, ich warte. Patrick? Ja? Brauch Kohle? Ja, dabei. Ich hab gar nichts. Ja, das reicht nicht. Ich kann nicht alles geben. Doch. Warum denn nicht? Ich geb doch auch alles, du Fluppe. Du Arsch, du Hasch, das ist für mich so nicht genug. Was? Was? Guck mal, ich geb jetzt alles aus für einen Trops? Ich kann nicht alles geben. Na gut, Daniel, es gibt Leute, die kaufen sich auch ein... Wie sagt man so schön? Wieder eine Erlebung. Wieder eine Erlebung, okay. Ja, aber nur, wenn die Kohle für den Rest noch reicht. Hat er nicht gereicht bei dem einen? Natürlich, wenn alle zusammenlegen, hat's gereicht. Immer noch Geld. Und dass Daniel das Geld nimmt, der am wenigsten hat. Ach so, das bringt ja nichts. Hier. Patrick? Ja? Wir wollten Platten kaufen. So, ich hab gedacht, das reicht jetzt. Boah. Ja, was denn? Du siehst das doch unten. Patrick, das reicht immer noch nicht. Ja, mehr hab ich nicht. Du hattest 1,3? Ach so, Daniel. Aber wollt ihr mich verarschen jetzt, oder was? Hä? Ja, hier liegt doch. Ich hab ne Plattenkiste, Jungs. Gerade gefunden jetzt. Oh, gut. Gut, ich wollte gerade kaufen. Ja, okay. Alter, das ist schwierig. Wir müssen unsere Kommunikation aber hätten. Ja, wir sollten vielleicht ins TS gehen, oder so. Oder WhatsApp-Gruppe. Beides. Was? Wollt ihr hier im TS? Ja. Ja. Seid ihr alle voll, ne? Ja, leider nicht, ne? Jetzt bin ich voll. Jetzt bin ich voll. Ich hab was gesoffen. Geh mal hier an die Hülse. Ich zieh los. Hier wird noch ein Brezi, falls wir irgendwo einen locken können. Hier wird ein Brezi. Die liegen auch noch Platten. Hier liegt auch noch ne Platte oben, aber wir sind ja alle voll jetzt. Ne, ich hab noch drei frei. Hä? Hast du dich in die Kiste gegriffen? Äh, ne. Boah. Oh. So, WhatsApp-Gruppe. Ey, pass auf. Ich wollte jetzt nix sagen, aber es hat kein Schwein gesagt, dass die Plattenkiste getroppt wird. Doch! Stop, stop, stop. Hat er gesagt. Ich hab gesagt, ich drop hier die Plattenkiste. Die Plattenkiste hier oben hin, hat er gesagt. Aber ich bin jetzt voll mit Platten. Also hat er wirklich gesagt. Extra für dich schneide ich das raus. Brauch man nicht schneiden. Aber hat er wirklich gesagt, Patrick? Und ihr habt sie sogar angepingt. Mit dem kleinen Knackausch. Komm mal her hier. Mein Süßer. Deine ist geizig, Deine ist geizig, Deine ist geizig, ich kann von lauter lachen den schoffen entnehmen. Oh, guck mal wie weit ich komme. Ja, wer länger nicht hat, kommt doch weiter, ne? Ja, ist so. Ähm, ist halt schon weg. Brauchen wir immer Platten? Patrick, bist du noch da? Ja. Patrick, du Moshi. Der hat uns gerade einen neuen Block geholt. Ja, also, also. Patrick hat sich gerade einen Laptop bestellt, weil er gemerkt hat, dass Blocks auf Dauer zu teuer sind. Jetzt war er. Heli? Oh, der König ist abgesprungen. Nee, der ist nicht abgesprungen, der ist noch drin. Ah, der ist da drin. Jetzt ist er weg, doch, doch. Der Heli stürzt ab. Ab in die Sicherheitszone. Wo ist er hingesprungen? Hä, ne. Aber der hat seine Farbe gewechselt. Hä, ja, tatsächlich. Chameleon. Oh ja, lass ihn landen. Lande, mein Kleiner. Also, da oben sind auch Gegner. Obacht. Bewaffnete einreißen. Achtung, verbündeter Präzisionsluftschlag im Anflug. Hehehehe. Was ist einer genockt? Ich hab irgendwie Delay. Wie sau. Ich gar nicht. Jungs, hört ihr mich? Kann das sein? Jaja, aber wo? Gut, ich kann nicht mehr wie Ping. Ja, das ist zu weit weg für mich. Schuss auf mich. Von oben. Kannst du reinhüpfen? Ja. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Nice. Wo waren die? Weiß ich nicht. Müsste Osten gewesen sein. Irgendwo Nordosten. Ich seh sie nicht. Weiß. Mal gucken mit Delay. Ich krieg noch ne Platte an. Oh ja. Wo komm ich denn da hin? Da. Wo hast du die Etage? Oh nice. Alter, die Zone wo enden die sind. Oh ja, wir müssen auch, ne? Ja. Bin unterwegs. What the fuck? Wir müssen schon mal darüber ganz, ne? Auf. Ich kann wissen, von wo die geschossen haben noch. Irgendwo hinter uns. Ganz safe. Hinter uns. Zone ist im Anmarsch. Auto. Ausgestiegen einer. Ja. Und dahinten wird gescoped. Die sind da beim Shop. Aber doch. Links wurde gescoped. Oh ihr schießt auf mich. Bin fast tot. Ja. Wie hat er mich denn da geholt so schnell? Wo hat denn das geschossen? Hinter uns. Da die Richtung. Vor. Links von uns das ganze Viererteam wo ich akribisch gerufen hatte die ganze Zeit. Dein Teammitglied hat den Kulak betreten. Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz. Bin doch für eine Rezeptgruppe. Oh, da muss ich hier her. Kein Sinn. Achtung! Dein Teammitglied wurde besiegt und ist zurück zur Basis unterwegs. Kacke. Du schnauzt wie ein Walrus, Daniel. Oh. Das kann ich nicht sagen. Doch. Hier sind wir nicht drin. Hier. Pass auf. Links von uns da an. Welche am Shop? Am Shop? Wird gleich ordentlich weiter. Hä? Die Platte gar nicht gekriegt, die da lag. Hat sein, dass ich die genommen habe versehentlich. Lass uns da mal Christoph holen. Ich hab die Spezialmonie gefunden. Komm, go! Leute. Ah. Looten ist nicht. Wir haben noch genug Kohle. Ich hab Platten aber. Ja, die Spezialmonie kann ich mir nicht kaufen. Wir können doch Platten jetzt am Top kaufen. Wir müssen doch eh am Top. Das ist ein Spezialmonie. Achso, Spezialmonie. Fein. Gib mir ne Weste. Dankeschön. Jan ist der Beste. Der hat eine Weste. Stimmt, Neid. Ich hab auch eine. Der Daniel ist die Beste. Da waren wir. Zweites Zelt. Oh Gegner. Unterwegs. Beim Waffen einlegen. Äh beim Waffen. Beim Waffen. Beim Latten einlegen. Nachladen, ey. Äh, äh. Keiner zu sehen. Holt mal den. Holt mal schnell diesen Knösel. Danke. Kann ich vielleicht schnell mir noch den seine Waffen snacken. Ja. Vielleicht könnte er ein paar Platten hinlegen. Ja. Ich kauf dir. Nee, nee. Achso, oder kaufen, ja. Hier liegen fünf Stück, Christoph. Dann bist du voll. Hier ist Panzer rum. Das gefällt mir. Der war in Ruhe looten, der arme Kerl. Der hat sich gerade Platten nachgelegt. Im Platten nachschießen haste ihn. Nachschieben haste ihn gefickt, ey. Du Tier. Äh. 28 Meter. Ja, da ist ein Auto. Vielleicht sein Mate, ne. Dass er bockig ist. Unter uns war das, glaube ich. Nee, das ist über uns. Ich geh aufs Dach. Oh, pass auf. Das könnte über uns sein. Da sind auf jeden Fall Steps drin, ne. In dem Gebäude, hab ich gerade gehört. Oh, im Shop oder was gehört? Bei uns? Nee, nicht bei uns. Aber er hat einen Shop. Oh ja, ich auch. Da hinten sitze. Wenn ihr scoken könnt, da ist ein Haufen Gegner. Ich kann nichts glauben. Oh. Der da unten hat gar nichts mehr, aber ich kann nicht scoken. Oh, die Billy Scope, das wäre nicht schlecht. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht von wo. Vielleicht von Dieter, aber da war ein ganzes Vierer Team, wenn man es gesehen hat. Von hier oben. Von oben. Oben? Der ist oben drauf irgendwo. Blau. Der ist blau. Kontakt, Kontakt. Wir sind vier Leute. Den gehen wir pushen los. Äh, ich muss ne Platten nachlegen, warte. Was mit dem Rest? Müssen die auch Platten nachlegen? Ich bin soweit. Nein, ich bin soweit. Nachladen. Bei dem Geh, was zum Wochen dauert. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Dahin zu rennen ohne. Okay. Karte. Einer K.O. Einer K.O. Nicht schnell holen. Nicht schnell holen. Nicht schnell holen. Hallo. Patrick. Ich war da. Ich stand genau neben dir, Christoph. Ja, ich stand beide neben mir, ich weiß. Es reagiert keiner. Ich kann nur so schnell wie ich stand. Wow. Ich kann hier nicht durch, Christoph. Ich häng... Ich komm hier nirgendwo durch. Ich muss Platten nachlegen. Kein Stress. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Daniel, nimm mal die Waffe in die Hand. Nicht die Sniper. Daniel? Hinter uns schon, hinter uns schon. Daniel, du darfst da nicht Snipern, wenn da ein Viererteam ist. Das soll Dach sein. Tu merkt ein Viererteam. Ei oie 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 oie. Nein oie 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 oie. Ich seh' nicht holen. Ach der ist oben drauf? Ist das ein Sniper? Kein Schuss war wir. Keine Ahnung, hier ist ja nirgendwo, wer war es? Du wirst doch noch gejagt, also. Ach kacke. Also du hast entweder Glück hier in dem Hall, oder Bunker, würde ich auf keinen Fall. Guck mal, wenn es hier orange ist, muss es da hinten noch eigentlich gelb sein. Da habe ich zwar keine Waffe. Oh, da sind ganz viele Gegner hier. Wo denn? Siehst du die? Na hier, ganz viele rote Punkte auf der Karte. Im Einsatzgebiet sind noch 25 aktiv. Hier sind zwei Autos. Oh, da liegen ein Haufen Waffen. Was ist das denn, so ein rosa Ding? Mit Andi wieder, oder was? Da liegt noch eine M4, ne gut, hast du die gesehen? Nee. Die rechts hier, die hier. Oh ja. Du willst doch lieber M4, glaube ich. Ja. Oben links, hast du den? Am Dach? Ja. Da, grad geflogen, hingeflogen jetzt weit. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Tja, Tja, Tja! Tja, 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 Tja! Tja, Tja, Tja! Da ist eine Versorgungsstation. Zwei Autos. Was denn? Jungen, die Eier, ey. Mit 20 Schuss konnte ich da nicht viel ausrichten. So, wollen wir noch eine COD, oder? Ja. Ja, und vielleicht mal mitreden und sprechen und so, die ganzen Sachen, was man so macht im TS. Guck mal, ob ich dich im WhatsApp hab, Sekunde. Man muss ja ja nicht kommunizieren, dass man den Plattenkisten droppt, ey. Eigentlich müsste ich die Runde hochladen. Ich bitte, nichts darum. Einmal die letzte Kackrunde hochladen. Das war die schlimmste Runde überhaupt, ey. Ja. 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 Ja.